Advent hat etwas mit Türen öffnen zu tun. Wir öffnen die Türchen am Adventskalender. Aber noch wichtiger ist, dass wir auch unsere inneren Türen wieder einmal öffnen. Bei manchen von uns ist ja auch Herz und Seele und manchmal das ganze Leben etwas verschlossen. Wir sind verschlossen gegenüber unseren Mitmenschen, hören ihnen nicht mehr richtig zu, sprechen nicht mit ihnen, so wie es eigentlich richtig ist in der Familie, im Freundeskreis. Advent, Türen öffnen zu unseren Nächsten hin. Advent bedeutet aber auch Türen öffnen zu Gott hin. Wenn wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, dann kommen wir näher zu Gott. Und das macht unser Leben freier, froher, gibt ihm mehr Sinn, gibt ihm auch mehr Gelassenheit und Ruhe. Und Türen öffnen, natürlich auch für die Menschen in der weiten Welt. Weihnachten soll nicht nur uns helfen, dass wir ein frohes Fest feiern, sondern wir sollen auch an alle denken, denen es nicht so gut geht. Die Menschen in Lateinamerika, aber auch in Afrika, in Asien, wir sollen ihnen auch ein Weihnachtsgeschenk geben, unsere Herzenstüren auch für sie öffnen. Und natürlich auch für die, die bei uns hinter verschlossenen Türen sind. Das sind unsere Kranken, die wir besuchen können. Das sind auch Gefangene, die jetzt hinter den Gittern der Gefängnisse sitzen. Türen öffnen, dann wird Weihnachten. Weihnachten, ein Fest, das offen ist für die Mitmenschen, für Gott, für sich selbst und für die ganze Menschheit.